Hallo zusammen, zur Feier des Tages eine Rätselanalyse und wir wollen direkt einsteigen in das Rätsel der letzten Woche, der Kuckuck und der Esel. Ja, wer möchte in dem Szenario nicht der Kuckuck sein und ist am Ende dann doch der Esel? Nach einigen munteren Spielen bist du auf Betriebstemperatur und taufst mit einem starken Blatt ohne zu zögern, grein Hand. Wie gewinnst du gegen die vorliegende Verteilung? Vielen Dank an den Ideengeber Christoph Bohr. Ja, da ist es also wieder mal passiert. Hier kommt die schöne Karte und das Erste, was ich so zum Beispiel auch im Rätselforum auf Facebook gelesen habe, war, ja, muss man denn da überhaupt den Grein Hand mitspielen? Ist das nicht übertrieben? Ja, muss man natürlich nicht. Kann sein, dass das im Originalverlauf vielleicht sogar ein gezwungener Grein Hand gegen eine 59er Reizung war. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall macht es natürlich als Rätsel mehr Spaß, wenn es eine knappe Geschichte ist. Und man kann den natürlich auch spielen. Also bei einer 59er Reizung, ich würde den nicht hergeben. Klar, ein Stich in Karo, aber da müssen nicht immer 25 Augen fallen. Und wenn Kreuz günstig verteilt sitzt, gibt es da auch nur einen Stich. Vielleicht liegt ja auch noch mal was drin. Also es gibt schon viele Möglichkeiten, dass der Grein überhaupt kein Problem wird. Aber hier gegen die 33er Reizung aus Vorhand und diesen unangenehmen ersten Stich kann das natürlich schon leicht ein Problem werden. Der erste Stich bringt noch keine Erleichterung. Und der zweite Stich bringt auch nicht richtig Erleichterung. Der verrät die Karte aber richtig stark. Also Mittelhand hat gar keinen Peak und offensichtlich auch nicht den fehlenden Buben. Sonst hätte er wohl jetzt hier gestochen. Mit anderen Worten, Vorhand hat den Buben ganz viel Peak. Das Karo Ass haben wir schon gesehen. Und es scheint ja inzwischen auch wahrscheinlich, dass er dann zumindest die Gefahr scheint, sich anzudeuten, dass er die drei Kreuzen haben könnte. Also gut, den Buben sollten wir aus Sicherheitsgründen erstmal ziehen. Und da wird jetzt auch vom Spieler rechts kein Kreuz mehr abgeworfen. Also es fehlen noch die drei Kreuzen. Ja, wenn einer im Stock liegt, haben wir gewonnen. Wenn die noch 2-1 verteilt sind, haben wir gewonnen. Aber es deutet sich so ein bisschen an, dass das nicht der Fall ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sollten wir vielleicht erstmal ein bisschen weiter die Karte klären mit dem Herz Ass. Und da stellt sich tatsächlich raus, der Spieler links hat gar kein Herz. Also der hat Pik Hand gereizt. Das ist ja bei 33 sowieso offensichtlich. Fünfmal Pik, Pik, Bube. Karo Ass haben wir gesehen. Und jetzt wahrscheinlich das Kreuz Ass zu dritt, denn er hat auch gar kein Herz. Und er hat auch nicht Karo nachgespielt. Also eigentlich alles klar. Ja, und wenn wir jetzt irgendwie hier in den Kreuzen rumfuhr werken, dann wird er immer sich die Kreuz 10 rausholen. Kreuz König zum Beispiel wird er tauchen. Können wir einmal zeigen. Und jetzt wird es einfach reichen. Ich kann es hier einmal kurz demonstrieren. Zack, kommt das Kreuz Ass hinterher und wir haben verloren. Das ist also nicht die Lösung. Logischerweise nicht. Und auch das Vorspielen der Kreuz 10 jetzt rettet uns nicht, denn danach werden wir in die Pik 10 wieder eingespielt. So, jetzt könnt ihr sagen, gut, dann ziehe erst die Pik 10 ab. Dann ist es aber auch passiert. Denn die Pik 10 brauchen wir in diesem Szenario noch als eine Karte, um dem Spieler links ein bisschen das Leben schwer zu machen. Was in so einer Situation nur noch geht, im Prinzip mit dem Ausschlussverfahren rauszubekommen, das ist die Logik in den Rätseln, ist, den Spieler links in eine Art Zugzwang zu bringen. Der muss sich selber zuerst entscheiden, was er abschmeißt. Und dazu müssen wir erst mal Buben ziehen. Also, alles andere funktioniert nicht. Das haben wir vielleicht eben schon gesehen oder das habt ihr vielleicht selber auch schon rausgefunden. Wichtig ist, dass wir nicht die Pik 10 ziehen, denn der Spieler kann sich dann, kann auf den letzten Buben, könnte er sich dann in Kreuz einfach kürzen, weil wir dann auch nicht mehr stechen können und nicht mehr eingespielt werden können, kann er, wenn wir erst die Pik 10 ziehen, auf den letzten Buben ein Kreuz abwerfen. Wenn wir den letzten Buben jetzt ziehen, wo wir die Pik 10 noch in der Hand haben, dann kann er den Kreuz nicht abwerfen, weil wir sonst ihn mit Kreuzkönig einfach zwingen, das Ast zu nehmen und dann in Pik wieder eingespielt werden. So muss er also alle drei Kreuzen noch halten und jetzt können wir mit der Pik 10 den Einschub in Pik rausnehmen und haben es jetzt geschafft, dadurch, dass sich der Spieler zuerst entscheiden musste, dass er genau wie wir auf diesen drei Kreuzen am Ende sitzt. Und jetzt können wir ihn natürlich entweder schon mit der Kreuz 9 foppen oder direkt die Kreuz 10 vorspielen. In dem Fall lässt er diese dann laufen, weil er dadurch noch die meisten Augen bekommt. Aber jetzt kommen die Gegner eben nicht mehr auf über 60, sondern nur auf 57. Im Skat liegt nicht viel, aber die entscheidenden drei Augen und schon haben wir einen Ganghand gewonnen. Ja, das ist hier die Geschichte. Es gibt ja immer diese verschiedenen Motive beim Skat. Häufig ist es richtig, erst mal die Einschubkarten abzuziehen, damit man nicht mehr eingespielt werden kann. In diesem Fall war das gerade andersrum. Da brauchte man das aus Tempoerwägung und um diesen Zugzwang vorzubereiten. Also immer wieder schön zu sehen, wie variantenreich das Spiel ist und egal, was man alles in seinem Werkzeugkoffer dabei hat, an Möglichkeiten, an Ideen, wie man so ein Spiel schlägt. Man muss auch immer in der richtigen Situation noch das richtige Werkzeug finden. Ja, dann hoffe ich, dass ihr an dem Rätsel Spaß hattet, dass ihr auch an dem Rätsel von heute eure Freude habt. Ich wünsche euch einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende. Macht's gut und wie immer, guten Blatt! Abonniertet